Oh, Lena, du lässt dir die Hälfte liegen. Tut mir leid, ich sammle keine Steine. Das sind keine Steine, das sind Pixel. Aua! Ach, krass. Ja. Okay, ich bin anledigt. Wieso? Da, mach. Alter. Lena, wir sind schon ein bisschen brutal, ne? Warum? Weiß ich nicht. Meinst du nicht? Es sind schon hart, die Einkommenssteuern hier. Oder die Lohnsteuern. Aua, du hast ihn auf mich draufgeschmissen. Aua, du hast ihn auf mich draufgeschmissen. Ah, du hast ihn auf mich draufgeschmissen. Ah, du hast ihn auf mich draufgeschmissen. Oh nein, ich hab's abge- Oh. Was tu ich da? Keine Ahnung. Ne, ich geh weg. Oh. Ha. Verreckt doch da unten. So, hier war Kohle. I want to have that coal. Bist du schon wieder weiter? Ja. Okay. Ähm. Oh, das war ein ganz tragischer Unfall. Oh, ich hoffe, diese waren, äh, krankenversichert. Die Betonung liegt auch wahr. Oh, Lena, Kohle. Oh, da ist doch was. Hallo? Geht das nicht? Ich weiß nicht. Verletzt die Tür. Hoi. Achso, ich dachte, es lebt. Oh, heilige Scheiße. Wow. Na. Na. Huh. Ne, da meinst du nicht, wir sollten taktischer vorgehen? Meinst du? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nur, so ne Frage. Oh. Ach, das ist so ein Savanna-Planet. Ich, äh, seh schon. Jo. Oh, ich hab ne Wurke gefunden. Also, gute W- Wie? Okay. Gute Waffen haben wir auf jeden Fall. Aber da kann man nichts sagen. Nee. Geh mal, geh mal weg. Na, 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 na. So. Oh, da ist noch, äh. Ja. Lena, was hattest du mir eigentlich geschrieben auf Discord bezüglich Server? Hab ich mich da verlesen? Hast du dich verschrieben? Oder bin ich jetzt einfach nur doof? Alles gut. Nee, ich, weil ich, ich wusste erst nicht, welchen Server du meinst. Ich, äh, hoste ja diese Welt hier lokal. Wir haben ja keinen Server. Aber das, äh, würde einiges einfacher machen. Also, im Sinne von, äh, Mods und so. Ach, das meinst du mit Burg? Oh. Oh. Sag mal, kann es sein, dass die halbe Einrichtung von uns, äh, von hier stammt? Nur mal so gefragt? Psch. Von hier nicht. Ja, 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 ich, äh, sehe schon. Warte, warte. Oh, ich sag mal, ein Scheißhaus. Oh, ich find die Betten schön. Oh, ich hab den Humor angefunden. Oh, das ist wunderschön. Oh, eine Klo. War ich rechts schon? Oh, hier hat mal jemand gelebt. Ja, und so war eigentlich ganz schön hier, ne? Schade für die, dass wir die jetzt ausrauben. Hallo. Ah, hier ist der Keller. Äh. War es sich da mit Kerker, ja, ne? Äh, ja, ja, da war eine Zelle. Okay. Ciao. Ach, ja. Okay. Äh. Da ist nix. Ach, komm schon. Ja, komm, schnapp dir die, Lena. Haha, guck mal. Aua. Ha. Äh. Äh, nein. Aua, Lena. Ja, schnapp dir die, Lukas. Ha. Ach, scheiße, ja. Ha. Ich hab nen Vogel getötet. Jetzt fühl ich mich gut. Äh, ich werde grad gehen. Ist das, ist das hier ein Sandsturm? Ist das? Ne. Ja. Der ist nur optisch, ne? Die hat jetzt keine Wirkung. Jikes. Sag mal. Ey. Spatzen hier, ey. Geh mal auf Abstand hier. Corona und so. Aber dann Leder nehm ich mir trotzdem. Bitte? Ach, die Farbe war ernst. Oh, das ist Öl. Ist nicht gut da. Äh. Oh, das Öl ist gefährlich. Ach, das ist Öl? Ja, das ist gefährlich. Da kannst du drin ertrinken, weil das halt so schmierig und schleimig ist. Das ist gefährlich. Ach, weil ich hab nen Privaten gesehen, dass ich Öl brauch. Ich war so, Öl? Was? Was? Wozu will ich jetzt Öl herkriegen? Okay. Okay. Ja, von hier. Ja. Uah. Oh, nicht. Hallo. Was ist das? Achso. Ja. Ähm. Ich geh mir nicht raus. Ja, es ist ganz gefährlich hier mit der Feuerstelle, ne? Welche Feuerstelle? Ja, direkt am Öl. Ich, äh, mein ja nur. Ich meine, du musst ja nur einmal das Feuer da irgendwie ranhalten und schon steht der ganze Planet in Flammen. Ich bitte dich. Das ist Öl, natürlich. Oh. Knachen. Ach. Nicht, nicht da rein. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Urfisch, Raumfahrer, Heim, 45, 18. Die bleiben stehen, wenn sie Schaden nehmen. Wie doof sind die? Oh, ich hab wieder neue, neue Mieter. Hallo. 30, 12. Ja, was ist das denn? Schaden pro Schlag, was ist das denn? Äh. Lol. Nein. Was ist mit ihm falsch? Davon könnt ihr sogar noch eine zweite nehmen. Hat leider keine Fähigkeit. Macht dafür halt ordentlich Schaden. Ich weiß nicht, ob ich eine Lianenpeitsche gefunden hab. Ich hab eine scheiß Peitsche und eine Lianenpeitsche. Ich hab eine neue Waffe. Ja. Ach, Dreadwing, der Pinguin wisst. Warum wirst du dein Buch einfach weg? Was? Warte, ich muss was wegschmeißen. 10. Ja, aber die Bücher sind, glaub ich... Auch ich nicht. Ach so, das ist das Pinguinbuch. Okay, ja. Warte, mach mal hier auf Standbein. Warte mal. Standbein. Muss ich mir halt angewöhnen, X zu drücken, wenn's hard auf hard kommt. Haben wir 18? Oh, die haben's schön hier. Hallo. Was ist das denn? Oh. Oh. Alter, ich dachte grad, die Bullen kommen. Hier ist ein Markt. Die haben's eigentlich ganz schön. Hallo, guten Tag. Was ist das? Ja, das ist avianische Kampftechnik. Na, Upgrade-Modul. Ja, geil. Damals hast du da oben ein Alarmsystem. Das ist ja... Das find ich unfreundlich von denen. Dass die uns hier nicht vertrauen. Drei. Drei von denen und sechs. Oh. Oh. Einfach mal vier Titaner zum Schrank. Ja, geil. Hallo. Rustikaler Ofen. Ja, nee, komm. Hallo. Oh, wie süß die mir hier zuwinken. Oh, das find ich süß. Die sind wenigstens erzogen. Oh, noch mal Titanerz. Lukas. Bitte? Oh, sonst haben wir schon. Das sind die Vögel. Ah, ja. Stimmt. Ja, das ist, weil ich die scheiß Quest schon wieder nicht offen hab hier. Ja, natürlich, du hast recht. Wie ist das hier eingefallen? Ich so, ah, wir haben mit beiden Lukas, dann wäre das ja Sinn. Und ich so, verdammt, wir haben... Ja, ja, wo bin ich denn gerade? Hä? Bei Privat hab ich auch schon die Vögel markiert. Hab ich einfach Bird Person geschrieben. Fertig. Bird Person. Klingt wie Bad Person. Ähm, ich hab hier... Ich hab hier was Interessantes gefunden. Ah, hier gab es Steins. Oh, ach so, warte, das kann ich... Ach, ah, lol. Oh, Baby, gib mal, gib mal. Oh, wir finden ein einziges Teil. Komm. Lena, ich hab dasselbe Dinge gefunden im Privat-Dingsbums wie du. Was hast du da? Ich... Ich weiß es nicht. Das ist ein Zauberstab. Hallo. Ähm. Oh, tschakalaka, laka, laka, ding dong. Ah! Um einzufangen musst du... Vier Eisenärz... Nee, du kriegst doch keine Ärzte von mir, hallo. Oh, der hat mir Items geschenkt. Ah, sehr freundlich. Die Waffe macht mich langsamer, ne? Hab ich das Gefühl. Oha. 1,5. Das ist ein bisschen wenig, ne? Oder? Ach, pro Schuss? Pro Schuss? Lass mich mal... Lass mich... Hallo, lass mich mal... Danke. Nee, ist auch nicht. Hallo? Nein, du kriegst ja einen Eisenärz von mir. Geh weg. Vielleicht müssen wir erst... Das sind wieder diese penetranten Leute, die... ...irgendwas wollen. Das geht aber nicht. Oh, hier sind so viele Kisten. Ich blicke hier nicht durch. Ach, Pixel. Ja, hallo. Bist du schon wieder... Du bist schon wieder... Achso, ja stimmt. Wir müssen ja scannen hier. Ich hab... Wir sind wirklich ein einziges... ...kleine, minimale... Nein, wir nicht. Ich spreche einfach nicht läutern. Ja, stimmt. Du hast recht. Du hast recht. Du hast recht. Hallo? Als erstes Woche kannst du mir das geben. Gebt es dir. Ja, komm. Take it. Hast du schon alles mitgenommen? Äh, 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 ich verstehe hier gerade gar nichts. Hallo? Verdammt. Die wollen alle... Die wollen alle Ärzte und so einen Scheiß. Ich... Wo... Wo war hier zum Beispiel was Grünes? Sicher nicht. Ne, ich frag nur. Oh, du wirst ja zu... Was willst du mir verkaufen? Hallo? Söldner, hell... Oh, lalala, oh, lalala. Ah, da oben! Ja, 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 ja. Ich bin... Ich bin weiter. Ich bin weiter. Sag mal. Ach, das macht keinen Unterschied. Oh, was ist das denn? Weil ich habe als, äh, unten drunter eine andere Kleidung. Und das, was man sieht, ist noch eine Rüstung. So gesehen. Ich hab zwei Rüstungen. Im Grunde, ja. Finde ich eigentlich ein bisschen doof gelöst, aber... Ich dachte halt, man hätte eine optische Rüstung und ne... Ja, und ne eigentliche Rüstung. Ist leider nicht der Fall. Oh, ich hab's fast. Ich hab's fast. Ich hab's fast. Ich auch, aber... Gut, dass du was gesagt hast. Hätte ich total vergessen. Wäre ich im Lebtag nicht mehr drauf gekommen. Das ist rot. Also, ich frag... Mir fehlt was. Ich weiß nicht was. Oder ich muss mit den Regeln reden. Alter, lau... Mir laufen vier Leute hinterher. Ne, drei. Hallo, könnt ihr die mal übernehmen? Buspanzer. Vielleicht ist da oben hier noch was. Ne, auch nicht. Schade. Oh, ey, jetzt komm. Jetzt füllt mir so ein Viertelchen. Zuerst musst du... Ich hab's besseres zu tun. Oh, Mensch. Das kann's doch nicht sein. Oh, wie schade. Die haben sogar ihren eigenen Friedhof. Ist irgendwie ein bisschen traurig. Okay, gut. Haben wir auch, aber... Hast du's? Ja. Was war denn das Letzte? Reden. Reden. Ja, gut. Dann rede ich mal mit denen. Guten Tag. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Ich hab ja auch wirklich mit jedem gesprochen. Und der fast voll Letzte hat veganen Worten. Alter. Ach, ich hab's auch. Geil. Gut, dann gehen wir zu Esther. Ja, alles klar. Gut. Planeten hätte ich ja auch mal gönnen können, ne? Also fand ich jetzt ein bisschen mau. Nein, alles gut. So, Esther. Jui. Ui. 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 Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Hallo. Hallo. Mit dem letzten Hinweis haben wir alles, was wir benötigen, um das avianische Artefakt zu finden. Ach, das machen wir direkt. Nein. Nicht? Das avianische Artefakt befindet sich im großen Herrschertempel. Einem der größten Clux gewidmeten Strukturen, die die Avianer je gebaut haben. Diese Tempel neigen dazu, bewacht zu werden. Also gib acht, ja. Mission Update. Details on your ship's computer. Haben die Koordinaten für den großen Herrschertempel erhalten, will ich den Schiff's Computer, um auf diesen Ort zuzugreifen. Äh, und das willst du nicht sofort machen? Nicht nicht. Ich würde schon sagen, ne? Ich habe mit dem Gedanken gespielt, ein Museum zu eröffnen, blablub, okay. Belohnung? Gib her. Dieser Platz ist faszinierend. Ich habe so viel zu erforschen. Ja, das ist gut. Was willst du denn jetzt genau von mir haben? Ich hätte mir das gleich mal durchlesen sollen. Weil ich kriege ja für nämlich ein Manipulator-Modul. Okay. Ja, erstmal zum... To the ship! Äh, bist du nicht auf deinem Schiff? Nein. Aber du bist at home! Sag das doch. Was ist das mit den Seiden und Leinen? Oh, warte. M-m-m-dings-upgrade. Hier, ich habe jetzt diese, diese, diesen Zauberstab hier. Ah, das Ding kann ich lenken! Ja, moin. Oh, das ist in Kombination ja echt nice, ne? Muss man ja mal so festhalten. Kann man ja nicht anders sagen. Oh, ich mache mal erst so her. Hier habe ich so ein bisschen Zeug zum Verkaufen. Äh, Fluxstick. Schaden pro Dingsbums? Oh, warte. Kann es sein, dass der... Ah, der ist besser. Der macht, der macht leider mehr Damage. Der macht 18,9. Der macht 15,1. Ja, da muss ich leider wechseln. Eine Tradition wird gebrochen. Das tut mir leid, aber der ist besser. Warten wir denn die Bücher? Oh, Mensch, ich suche jedes Mal diese blöden Bücher. Oder waren die unten? Ach, die waren unten. Die waren unten. Irgendwo unten. Ich muss das mal auch nehmen. Ja, irgendwann mal müssen wir hier ein bisschen Ordnung reinbringen. Aber es wäre halt schade, wenn das einfach so von heute auf morgen, also von jetzt auf gleich der Fall ist. Ohne, dass wir... Also, ohne, dass die Zuschauer halt irgendwas davon haben. Das fände ich schon traurig. Das muss jetzt nicht sein.